Du wirst es nie brauchen. Nimm auf und schiebt ihn dann. Gib dir dann die E-Mail-Adresse. Nein, pass auf! Und vor ein paar Wochen, wann warten wir es, wenn wir die Küche im Team warten haben? Was du kannst, kann ich auch. Schau mal, wie weiß, dass er ist. Das ist so arg. Wer geht's noch ein? Schieß ihm was ein? Ein Steckerl oder so eine Richtung? Genau. Du hast Parteizeit und wo die Haut, ne? Auch wenn die Zecken und so weiter. Und ich glaube, die Schwingen haben. Uah! Das ist eine Freundschaft, oder? Ich glaube, jetzt haben sie sie wirklich gefunden. Ja, das wird zwar. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht immer. Pass auf, dass siehst du mir drin. Wasserratte. Oder Wasserratte. Schau dir das an. Schau dir das an. Da taucht die Haut, der Hund, der taucht die ganze Schäle. Stella! Der will mich reinhauen. Der will mich reinhauen. Der lädt jedes Mal so ab bei mir. Ja, ja, ich weiß. Immer. Der rein war nur wenig, der war. Die beiden, nur schneiden und alle, war das... Waaat! 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 Der Tobi Stäblem hat ihn gemacht. Auf einmal ist er schon drin gesehen. Der hat es vergessen. Nein, Huskys dürfen nicht schieben, die gingen unter. Ja, ja. Und das war auch eine Einflusschenkale, die haben einen. Ich möchte meinen Hund nicht von unten, einmal über einmal ins Oster stehen. Ich habe mir das schon gesagt. Und der ist dann im Sommer nur 10 Minuten, 4 Stunden passen, gehen, maßlich, dann halt, bleib hier. Und, und der Schlimmergeist auch nicht drinnen. Das ist ein Schlimmergeist da, ja? Ja. Na ruhig. Da sind wir auch noch aufbaut, da sind wir zielt da. Nichts gegen solche Leid. Nichts gegen solche Leid. Stella! Wie soll sie...